Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, wie versprochen, das beste was Amerika zu bieten hat ist vollständig, da ist der All-Wampage, da ist die Killer-Garnel und that is the way. Hallo, hallo, guten Tag. Fast alle haben ihre Geschichte weiter erzählt, ja, sind in ihrer Figur geblieben, außer Fabian. Ne, hallo, ich bin auch ne Frau. Du bist ne Frau? Natürlich, diskriminierung, diskriminierung. Aber echt, ey. My bad, my bad, entschuldige, das war das Licht. Das Alter hat an uns allen genagt, ja. War das immer nicht so, ich bin so besonders arg. Ist so besser? Ja, jetzt erkennt man's, mit dem Helm hat man's echt nicht erkannt, da war das irgendwie so, das Gesicht noch vielfaltiger. Ja, ja, alles gut, alles gut. Gut, gut, dann sind alle dabei. Boah, geil. Ray meinte, es gäbe hier noch ne kleine tolle Mission. Genau, bei Marias Shop. Beim Shop, die wir durchlaufen sollten und dann. Simon, schau mal die Maske. Ja, die gibt's, wenn du Rainbow Six gespielt hast, ne? Ja, muss man ja auch noch rollen. Am Shop kriegst du die, oder? Ja, bei Uplay, beim Uplay Store, ja. Ja, ja, ich hab's im Store geholt. Ob ich jetzt auch Stand-MG hab? Nennst du dich jetzt der Lord, ja? Genau. So, dann sprechen wir mal mit R und lösen die Mission aus. Sind sie bereit für die Tour durch Arrow One? Klar, ich will auch in den Souvenir Shop. Sicher doch. Ping, ping! Der Flottenstützpunkt wurde vor Jahren geschlossen. Woher die Kinder? Bloom und Bean Nomad. Drei Generationen leben auf der Insel. Ich will ehrlich sein. Es gefällt mir nicht, dass Soldaten nicht hier sind. Das ist riskant für die Kinder. Aber mein Mann blutet rot, weiß und blau. Wir würden sie niemals abweisen. Ich kann ihnen mit Ausrüstung und Nachschub helfen. Sie und Ihre Leute können da Ihr Lager aufschlagen. Wenn es Ihnen in den Fingern juckt, reden Sie mal mit Sergeant Brown. Er hat früher auch in der Armee gedient. Er sucht mit Vorliebe die Insel nach diesen Elite-Soldaten ab. Sie nennen sich Wolves. Rowan fängt gern Streit mit denen an. Drüben in der Einsatzzentrale arbeiten wir an der Logistik. Für gewöhnlich finden Sie Mads dort. Dann gibt es noch diese Skeletech-Ingenieurin Jericho. Sie sorgt sich wegen was Großem auf einer der anderen Inseln. Aber zu dem Picknick sollten Sie ein paar Freunde mitnehmen. Also wie gesagt, wir werden Sie sicher nicht abweisen. Aber tun Sie besser nichts, das unsere Gemeinschaft gefährdet. Oh, ich denke Sie an, dass sie schon in Gefahr ist. Aber keine Sorge. Ich werde versuchen, Sie alle zu schützen. Hoffentlich reicht das. So, nach der umfangreichen Tutorial-Mission, die uns jetzt hoffentlich irgendwie ein bisschen Einblick gebracht hat, in diesem sehr komplexen und etwas verwirrenden Spiel, nehmen wir jetzt noch zwei Le-Mission an, machen uns dann an die Hauptmission und lassen. Das Beste, was Amerika zu bieten hat. Auf die Welt los. Auf die Welt los, ja. Hättest du jetzt alleine mit dem, oder? Ja, schönes Teil, oder? Das sind nur ein paar Instandhaltungsarbeiten. Aber ja, wir haben tatsächlich ein Wasserkraftsystem mit Teilen aus dem 3D-Labor gebaut. Die Teile sind gedrockt. Verrückt, oder? Sie sollten sehen, was das Start-up noch so gemacht hat. Hört ihr das auch? Wir könnten wirklich noch viel größere Dinge drucken. Ah, gut, umhin. Komplexe Maschinen, bewegliche Teile, solche Sachen. Ach was. Mit der Technologie sollte die Welt allen zugänglich werden. Als Sentinel die Insel übernahm, begannen sie Teile für ihre tödlichen Drohnen zu drucken. Das ist nicht gut. Fängst du wieder an. Hör mal, wir wissen, wie du das siehst. Als ich sah, was sie mit dem Programm anstellten, bin ich gegangen und habe mich den Selbstversorgern angeschlossen. Aber falls es sich nicht verletzt, sehen sie sich das Start-up an? Wo ist das denn? Es heißt Polymorph Modeling. Es ist im südöstlichen Teil von Smuggler Cove, westlich des Sumpfes. Oder einer, ohne Stimmenwetter, Simon. Siehst du auch wie Fabi, der die ganze Zeit weggeschupft hat? Ja, das habe ich wirklich gemacht. Okay, gut. Okay, geil. Ja, weil wir können einfach ganz normal weiter rumrennen, so. Das ist... Okay. Ich finde es cool. Ja. Du bist wahrscheinlich im Dialogfeld drin und wir können einfach weiter rumlaufen und dir zuhören. Ja, ich habe das jetzt... Ah, ich habe es abgeleh... Ich habe es nicht akzeptiert. Ja, du kannst bis zu drei Missionen gleichzeitig an... Okay, wo kann man die jetzt nochmal annehmen? Ach so. Oder muss sie uns... Antacken. Drei bis zu drei Sachen kannst du antappen. Ah, okay. Dann hole ich mir gerade noch die hier. Die zweite. Oh, die besitzt die Lippen. Noch einer. Redet ihr schon mit ihr? Ja. Vielleicht hast du die Mission schon, Fabian. Ein heiliges Land ist bei dir schon aktiv. Von Garden Mangrove. Ja. Im nordöstlichen Teil von Gaia Arm. Ja. Alles klar. Ich sehe mal, ob ich ihn finde. Ich danke ihm. Okay. Ist gut. Warte, dann kann ich ja... Wie kann ich jetzt im Nachhinein noch irgendwas anheften? Ja, ich check das auch noch nicht so ganz. Du musst die Mission, glaube ich, jetzt... Ja, das ist eigentlich nicht... Es ist halt wieder alles ein bisschen versteckt. Also sie haben die Menüführung halt echt in dem Teil ein bisschen blöd gemacht. Du gehst einfach auf die Einsatzzielübersicht. Das ist dieses Kreis-Symbol oben. Und dann musst du quasi nach rechts rüber. Und dann gibt es Aurora Archipede. Das sind immer die Nebenmissionen. Da gehst du drauf. Und dann müssen alle aufgelistet sein. Ja. Und dann ist es jetzt Samuel lokalisieren und zu Plymorph Modeling gelangen. Die kannst du auch noch antappen. Also bis zu drei, wie gesagt, kann man antappen. Ich habe jetzt einen Weg von der Insel, Samuel lokalisieren und zum Braunhof gelangen. Zum Braunhof gelangen? Das ist... Da ruft der Sirene. Braun? Das ist aber, glaube ich, so eine Vorbesteller-Missiones-Gedöns. Also ich habe jetzt die angenommen, die wir auch gerade an... Ja. Gut, dann kann man es auf jeden Fall ändern. Warte. Das ist richtig, ich verstanden habe. Wo finde ich die jetzt nochmal? Einfach Einsatzziel-Übersicht. Ach so, unten rechts. Nicht auf der Map. Nicht auf der Map. Ah, okay. Einsatzziel-Übersicht, da sind alle Missionen halt ein bisschen komisch optisch dargestellt. Aber ja. Und dann geht es rechts, Aurora Archipel. Das sind alle Nebenmissionen. Da müssen... Also bei mir sind es jetzt vier Stück. Warte, warte, warte. Bin ich überhaupt in den richtigen? Einsatzziel-Übersicht, doch genau. Und dann auf welcher Reit? Einsätze. Unten rechts gibt es Aurora Archipel. Ah ja. Das sind die Nebenmissionen, steht auch dabei. Und genau. Und da... Also ich habe jetzt vier Stück da zum Beispiel. Heiliges Land, das ist... Ruf der Sirene auszutrecken. Und äh... Genau, wie gesagt, du kannst bis zu drei halt machen. Ruf der Sirene. Sind wir hier bei Borderlands oder was? Und äh... Ja. Man kann es halt machen, wie auch immer. Ist ja auch egal. Heiliges Land habe ich jetzt auch noch. Warte, Martin hat Füllhorn? Was denn jetzt? Heiliges Land machen wir auf keinen Fall. Das ist ja Stufe 150 oder so. Da sind wir ja noch nicht. Okay. Da sind wir noch nicht ganz, Simon. Nicht ganz? Okay. Martin hat Stufe 5, der ist noch ein bisschen weit weg davon. Ja, Mensch Martin, hättest du mal ein bisschen gelevelt. Was war es dann? Füllhorn. Sagt nichts über die Qualität aus. Füllhorn und das eine. Also ihr merkt schon, wir haben es richtig drauf. Aber die Menüführung ist halt echt schlecht gemacht. Das muss man ehrlich sagen. Ja, es ist echt unübersichtlich. Füllhorn, alles klar. Also jetzt reden wir noch mit dem Typik. Jetzt probier mal aus, wenn... Ah. Nee, komm, du mit ihm. Das probier mal einander mal aus, wenn jemand anders redet, der nicht aufnimmt, was dann passiert. Aber eigentlich ist ja egal. Warte, ich habe kurz noch Tutorial da rumfliegen. Kann ich das irgendwie wegmachen? Schulz. So, danke. Super Tutorial. Riesen. So. Schulz. Hallo. Hallo. Oh, jetzt kommt eine Cutscene. Hallo, kommt eine Cutscene hier. Wie geht's Ihrem Freund? Er hält durch. Dank Ihrer Hilfe. Kennen Sie einen Lieutenant Colonel Walker? Ist das nicht der, der mit diesen Wolves arbeitet? War Maskar-Tex Militärberater. Und früher im Einsatz. Kennen Sie ihn? Ja. Wir kennen uns. Wir kennen uns. War Maskar-Texionen. Wow. Geh, 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 geh! Sie sehen sehr entschlossen aus. Sie haben wohl große Pläne. Wissen Sie, wie ich von dieser Insel komme? Klar. Und uns einfache Leute sich selbst überlassen, hm? Oakland ist 2000 Kilometer weit weg. Verdammt langer Weg, wenn man mit eingekniffenem Schwanz rennen muss. Ich lauf nicht davon, Mads. Die USS Wasp liegt nur ein paar Kilometer vor der Küste. Wenn ich sie erreiche, kann ich mit Hilfe zurückkommen. Die Wasp, hm? Keine Ahnung, ob's mir gefällt, wenn diese Leichtmatrosen auf der Insel rumrennen. Es sind doch ein paar Ledernacken an Bord. Na, wenn das so ist. Gut. Ich will ehrlich sein. Wir haben keine Chance gegen ehemalige Spec Ops. Deshalb wollen ein paar Freunde, Selbstversorger und Scal-Mitarbeiter die Inseln auf Booten verlassen. Garantieren Sie ihnen Schutz auf der Wasp? Auf jeden Fall. Okay. Ich sag ihm, wo die Boote sind. Ja, Erfolg freigeschalten. Ja. So, gut. Das passt, oder? Das ist alles erreicht. 20 Ubisoft Gold. Ich glaub, wir haben alles erledigt, was man machen konnte. Ja, das war's. Kürzestes Let's Play ever. Vielen Dank fürs Zusehen. Geiler Vollpreistitel hat sich richtig gelohnt. Ja, allein der Code-Modus hat sich richtig gelohnt. Hammer. Ich hab so viel Schiss abgegeben, ey. Brutal. Ich mein, bist du nicht gestorben. Das stimmt. Oh ja, Duzon. Stimmt. Der Deathcounter muss natürlich wieder an den Start gehen. Duzon muss wieder an den Start gehen. Ähm, so. Ja, ich glaub, das ging ein bisschen unter, weil wir zwischenzeitlich ja, glaub ich, neu die Aufnahme starten mussten, weil's da ein bisschen Verbindungsprobleme gab. Wir spielen tatsächlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Muss ja so sein. Und wir spielen im nicht geführten Modus, das heißt, wir müssen mit den Leuten quatschen, um rauszufinden, wo müssen wir denn überhaupt hin. Alles auf extrem. Also so ein bisschen RPG-mäßig schon fast, äh, also wie die guten alten RPGs, heutzutage wird ja auch bei den neuen, äh, RPGs überall gesagt, da musst du hin, da gibt's die Quest und da gibt's das zu holen. Oh, ich erinnere mich noch an Moorwind, da gab's nur ein Tagebuch. Moorwind. Das war so gut eigentlich, aber heutzutage hätte ich nicht mal mehr die Zeit dafür, aber, ja. Ja, manchmal bin ich schon, schon dankbar, dass es einem so angezeigt wird. Ja. Du hast ein Tagebuch, da stand da Notizen von dir, von dem Spiel da drin. Und da musstest du rausfinden, wo das war. Krass. Ja. Und wenn du's nicht genauer, wenn du's nicht genauer wusstest, dann musstest du halt auch nachfragen, um das irgendwie ein bisschen besser zu, einzugrenzen und so. Ging halt früher einfacher, weil halt alles mit Texten nur war. Ja. Heutzutage müsstest du's wahrscheinlich, um irgendwie den, äh, Anforderungen zu entsprechen, alles halt mit Dialogen und so vertexten und so. Und, oder vertonen halt. Und das, äh, würde wahrscheinlich da halt nicht so. Darf nicht raus. Ah, doch jetzt. So. Rein, sie, Freeport. Und da haben wir ein Heli. Ich glaube, wir haben noch, äh, wir müssen noch ein Erinnerungsfoto machen, ne? Wir müssen noch ein Kumpen vor hier hin, ja. Wir wissen ja nicht, ob wir's zurückschaffen. Ja, keine Ahnung, wie alles zurückkommt. Ja, müssen wir grad mal gucken. So ein bisschen ins Tal oder so. Einer kann ja, kann sich ja ducken oder so. In die Richtung gucken, oder? In die Richtung Möhleneingang gucken. Ja, ich wollte, ich wollte ins Foto noch. Ich muss mich nur, ich muss mich nur richtig ausrichten. Ja, wenn die ist, die alle ducken, dann stehe ich. Dann wird gleich mal geschossen, so muss das. So. Mensch. Ah, das Licht ist ein bisschen scheiße. Ja, du kannst die Tageszeit ändern. Das ist doch das Tolle jetzt am neuen Modus. Ähm. Fabi, du bist noch ein bisschen. Ich bin doch richtig schön so, oder? Mit deiner Waffe im Ding. Dass sie nicht mal richtig gucken können, guckt doch mal richtig. So. So ist gut. Ich glaub, man muss einfach in die Richtung gucken. Simon und Rampage kuscheln auch arg auf dem Foto. Ah, da. Wie sichtfälsch. Hä? Wie kann ich das denn dann? Simon, haben alle das gleiche Overteil an? Ich hab das Ghost Ring-Oberteil. Das schwarze T-Shirt halt, ja. Ich hab das Ghost Ring-Oberteil. Ja, bei mir sieht alles gleich aus hier. Ah, mit Fotos. Ja, wir sind halt vom gleichen Ausstatter ins... An dieser Stelle ein bisschen Werbung. Kann ich denn... Also ich hab keine Ahnung, wie ich bei den Sachen dann hoch und runter schalte. Bei den Effekten. Mit der Pfeiltasten. Wow. Du machst alles mit der Tatstatur, ey. Ray hat sich gleich mal wieder die geile Knarre gegönnt, ey. Die Pistole oder was? Ja, natürlich. Ja klar, das ist doch geil. Aber das Wetter und Tageszeit kann ich nicht ändern, da das ausgegraut. Hast du die geile Knarre? Hey, wie suchst du das ausgegraut? Vielleicht, weil wir jetzt im, ähm... Ach so, im Squad sind? Ja. Ah, das ist schade. Ja, dann müssen wir mit was Gruppenfotoaufwand anders verschieben. Oh. Ne, warte, ich hab ja schon ein paar gemacht. Kannst auch so einen Screenshot machen, Simon. Martin, guck mal. Das ist Ray. Hallo. Zurück ins Bild. Soll ich ihn abknallen? Was? Ach so. Wieso muss ich zurück? Eins wollte ich noch machen. Muss wir ein bisschen Auswahl haben. Noch ein bisschen ran. Ja, ja. So, jetzt. Spannend, spannend geht's hier vonstatten, ey. So, wunderbar. Alles klar. War's? Sehr gut. Also. Was machen wir uns ein? Das ist doch nicht ein Heli, oder? Machu hat einen anderen ausgewählt, als wir... Was haben wir? Das ist ein Heli gleich. Wir haben alle Füllhorn, und du hast das einen Hölle. Wir machen eh die Hauptmission. Bei mir ist doch scheißegal, was da rechts steht. Das ist ja egal. Das ist ja richtig, was wir links machen. Ach so, ja. Ja, stimmt. Ah, ja. Mit Tab könnt ihr das immer wieder weg oder auf. Ja, haben wir was weg. Ähm. Ja, also da steht jetzt, ähm, im nordöstlichen Teil der Region Smuggler, Cows. Das... Es befindet sich an der Küste nördlich des Old Destiny Lake. Dort gibt es nur... Okay. Dann gehen wir einfach mal auf die Karte und gucken das mal an. Also. Äh. Wo könnte das sein? Smuggler Cows? Ja. Gebiet ganz im Norden. Ähm. Da ist der Old Destiny Lake im Nordosten. Du kannst es markieren, ne? Da müssen wir das alles sehen, eigentlich. Da ist der Lake. Ja. Und es muss... Und da gibt es einen Leuchtturm. Dann müssen wir da hin. Dann müssen wir da hin. Ja, also. Dann haben wir es doch schon. Easy peasy. Oder ne. Ah, da gibt es Leuchtturm. Ja, gut. Wir müssen zu Start den Freeport. Das wird die sein, wo ich markiert habe. Ja, einfach da mal hin, dann sehen wir es. Aber ich muss unbedingt das Ding ausstehen, das ist ja gar nicht. Dass die ganze Zeit dieses Tutorial Zeug kommt. Das nerft ruhig. Ich fliege in die falsche Richtung. Und wie sie es hier fliegen so? Weil das ist... Eigentlich genauso fällig. Dann können wir jetzt ja mal auf dem Flug diskutieren, wer welche Klasse nimmt. Ja, vielleicht erst mal erklären. Was gibt es denn überhaupt? Also es gibt einmal den ganz normalen Soldaten. Das ist Standard-Einheit, der nach vorne prescht, ballert, aushält, einsteckt. So nach dem Motto. Dann gibt es halt einmal den Klapppanda, heißt der. Das ist mehr so der Guerillakämpfer, der Infiltrator. Ich versuch's grad zu finden und zu öffnen. Dann da. Es gibt den Felssanitäter, den Sturmsoldaten, den Panther und den Scharfschützen. Also Felssanitäter ist klar, Scharfschützen ist auch klar. Panther ist... Ja, mehr so der Guerillakämpfer, der Schleicher. Ja, der Schleicher. Genau, der ist so ein bisschen Hinterrücks. Und Sturmsoldat, reduzierter Rückstoß, hoher Schadenswiderstand. Ja, Sturmsoldat ist halt der ganz normale Soldat einfach. Das ist der, der austeilt, der austeilt. Das ist so die Standard-Einheit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der Panther kann eine Rauchwolke erzeugen. Der Scharfschützer eine panzerbrechende Patronen. Mit extra Schadenswirkung und Mündungsgeschwindigkeit. Und der Felssanitäter hat eine Sanitätsdrohne. Cool. Ja, der kann halt heilen, ein bisschen Dick umgeben und so weiter. Ja. Hat nicht jeder eine Sanitätsdrohne? Ne. Drohnen gibt's sowieso nicht so viele... Ne, das musst du aus... Das musst du aus killen und dann entsprechend als Vorteil auswählen. Ja, ich seh schon. Also ich würde mich ja schon für die Senfgasgranate vom Soldaten interessieren. Ich würde mich für den Sniper interessieren. Na ja klar, dass du wieder Sniper spielen willst und dann wieder nichts triffst. Ja, natürlich. Ja, also von mir aus, also auch um das Let's Play vielleicht ein bisschen spannend zu machen. Ich mein, Sniper habe ich zwar auch im letzten Teil hauptsächlich spielen wollen, tun, wie auch immer. Aber wenn Fabian den Sniper machen will und die Sniperin machen will, dann kann er das gerne machen. Dann würde ich vielleicht... Aber Fabian, bitte, ganz kurz. Auch als Sniper dann spielen und nicht an vorderster Front den Sniper-Geriller spielen. Das ist ja für mich eine Therapie, weißt du? Das ist für mich eine Therapie. Überdeck, das predicte ich jetzt schon mal. Also auch als Sniper ist es auch so, der Sniper auskundschaftet auch. Der hat ja auch so eine spezielle Waffe, die ist mega cool, die habe ich in der Beta auch gespielt. Die kannst du abschießen, das ist wie so ein Ping-Signal. Und alles, was in diesem Ping-Signal ist, wird dann aufgedeckt für alle. Also das ist schon richtig geil auch so. Ist geil. Du bist, wie gesagt, eher passiv, du bist eher halt im Hintergrund, du deckst auf, du gibst Rückendeckung. Ist schon cool, aber du musst halt danach auch spielen. Also nicht hier einen auf John-Rambo machen. Ich werde es versuchen, wirklich. Ja, dann ist halt die Frage, wie ist jetzt also grad Bunde, was willst du machen als einer der Mitaufnehmenden? Also Bunde und ich werden immer abwechselnd aufnehmen, das schon mal auch als Sniper ist. Also das hat es bewährt, ne? Das soll jetzt, das soll jetzt nicht, ich kann, ich spiele die anderen drei auch. Also Scharfschütze ist nicht meins, definitiv. Oh, oh, ich glaube diesen Gegner fliegt man wieder auf. Oh, 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 oh Ja, auf die. Scheiße. Was, Simon? Was soll ich machen? Was zum? Ist doch alles easy, Alter. Super Steffi. Das ist gar kein Thema hier, alles klar. Ja, ist klar. Also wie gesagt, ich kann mich mit allen drei anfreunden Scharfschütze ist eh nicht meins, aber was, wenn ihr, wenn einer von euch den Soldaten spielen will, kann auch den Soldaten spielen. Bei mir ist das auch relativ offen. Lass uns kurz mal ein bisschen weggehen, dann kommt eine Drohne vorbeigeflogen, wenn sowas gemeldet wurde, ein bisschen in den Wald rein. Und dann können wir das ausdiskutieren. Okay, erstmal in den Wald, erstmal in den Wald. Und dann mal auf der Karte markieren, wo es hingehen soll. Ja. Also ich mein, Sunny hat halt Bunde quasi im ersten Teil am Anfang gespielt. Später hat eh jeder alles können. Ja, ja. Drohne kommt, Drohne kommt, Drohne kommt. Liegen, 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 Leute, liegen. Und auf Bauchtarnung mit Bauchlagern. Ja, geht nicht, geht nicht. Dankespiel, was ist jetzt wieder? Ja, du bist so nah an irgendwas dran. Ne, es stand die ganze Zeit da und dann, ne. Normalerweise taucht es gar nicht auf, wenn es gar nicht geht. Aber wenn es geht, taucht es auf. Oh, oh, scheiße. Also, ich glaub irgendjemand, wo der deckt. Ja, die sind genau von uns. Das Beste, was Amerika zu fliegen hat, fängt schon wieder gut an. Ist ja. Alter, die sind die krass. Ja, klar sind die krass. Alter, die Hardcore sind die Pro. Achtung, Gegner. Kann ich euch so nicht holen, irgendwie? Oh, fuck, ey. Ich seh gar nichts. Zeit zu sterben. Oh, fuck. Liegt im Felsen drin, mich kann keiner mehr saven. Gleich mal wieder super stealthy. Und der Killcounter geht gleich nochmal überall ein. Noch, ich leb noch. Grad der, der es verursacht hat. Ich hab's nicht verursacht. Natürlich, du bist doch nicht hingelegen. Ich lag. Ich konnte mich nur nicht einbuddeln. Ja, aber das musst du ja, das Einbuddeln. Das Liegen alleine reicht nicht. Aber ich konnte mich auch nicht einbuddeln. Ja, ja, ihr müsst halt ein bisschen Abstand haben. Du müsst Abstand voneinander, das kann auch sein. Ja, ja, klar. Ihr wart alle auf einem Fleck, ja. Glaub ich wollen Ray. So, dann hat sich die Frage ja erledigt, wer der Felsanitäter wird. Echt, ey. Gut, dann, was sollen wir gleich auswählen, oder wie? Ja, wir können jetzt aber erstmal die Mission machen, und dann währenddessen noch, ist glaube ich egal, ob wir die Skills wählen, oder nicht. Markieren wir mal auf der Karte, wo wir jetzt hinwollen. Ist das der C unser Ziel, oder wie? Ja, wir gehen jetzt mal Richtung C, hätte ich gesagt. Muss das erstmal kurz ausprobieren. Was kommt da? Da kommt eine Drohne angeflogen, oder? Ne, das wird fett markiert, wenn da eine Drohne. Was kommt da angeflogen? Auf der Karte? Ah, das ist glaube ich nur eine Versorgungsdrohne. Wie funktioniert das mit der Tarn? Ah, jetzt funktioniert es. Okay. Die Aufklärungsdrohne ist rot, und die siehst du auf dem Radar anfliegen. Die sieht praktisch so klassisch aus, wie man so eine Drohne kennt. Ja, das ist jetzt quasi der Unidad-Abfuckersatz. Ja. Also wenn die kommen, sofort hinlegen, einbuddeln, oder in ein Gebäude rennen, oder so. Alles klar. Ich hab das nur mit dem Einbuddeln versucht. Dass sie dich sehen und Alarm schlagen können. Also praktisch, wenn du entdeckt wirst, dann schicken die kurz danach eine Aufklärungsdrohne durch. Das sind noch ein paar Leute, die können wir doch mal fragen, wo jetzt das genau ist. Obwohl wir es eigentlich wissen, wo es ist, aber ist doch egal. Sind hier Einwohner, ja? Ja. Hier ist auch irgendwie so ein Gerät. Nein, ich möcht' nicht fahren, ich möcht' dieses I aufsammeln, Alter. Untersuchen. Iee. 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 Das ist nur Waffen-Zeugs, na egal. Das bockt nicht. Aber ja, gut. Wir gehen jetzt einfach mal in Richtung C. Ich glaub' das passt schon. Ja, okay. Ja, mir ist egal. Also ich könnt' mir so'n Gorilla hinten rum sneaken vorstellen. Das wär' für mich auch ne Therapie, weil das ist das, was ich nämlich eigentlich nicht kann. Und noch mal, Sivis? Ja. Und ansonsten normaler Soldat. Gut, ist halt so Standardsoldat halt. Der kann alles irgendwie so'n bisschen. Kann ich mir auch vorstellen. Also mir ist es relativ egal. Also... Der Madeline war ja schon letztes Mal auch der große MG-Typ. Der könnte schon mit Soldat wieder machen dann. Ja, wie gesagt, man kann ja auch mal was Neues machen. Ja, ja, klar. Muss ja nicht immer das Gleiche sein. Wissen Sie vielleicht, wie ich an diesen Ort komme? Das war's nicht zu fest. Also wie gesagt, ich kann mir auch, ähm... Also sag' mal so, ich würd' zwischen normalen Soldat und dem, äh, Guerilla-Kämpfer würd' ich jetzt... Zwischen den beiden würd' ich jetzt tendieren bei mir. Drüben sind einige Gegner auf jeden Fall. Ich glaub' halt das... Ja, ich warte. Ich glaub' halt fürs Let's Play wär' vielleicht halt das Guerilla vielleicht ganz interessant. Dieses Reinsneaken und so und, ähm... Aber normaler Soldat halt natürlich auch. Der kann halt, wie gesagt, alles so'n bisschen. Ja, komm, dann nehm' ich den Fels an den Theater. Wie kann ich denn auf das Fernglas zugreifen? Du musst es auswählen. So, ich bin jetzt frei. Sorry, Theater. Was, du bist Sanitäter? Ich hab' den Sanitäter genommen. Sanitäter! So, dann holen wir uns noch den Fallschirm. Den kann man immer brauchen. Ich krieg's aber grad nicht hin mit dem Auswählen, ehrlich gesagt. Du musst drauf und dann laufen... Was machst du jetzt mit Ray, den Panda oder den Soldat? Leertaste gedrückt. Ja, entscheide du. Was willst du lieber spielen? Mir ist's egal. Mir ist's völlig egal. Den Sneaky Guys spielen, aber... Wieso kann ich diese Blendgranate-Scheiß-Dings bei mir nicht wegwählen? Also wenn ich da draufgehe, geht das nicht. Alt gedrückt halten. Nein, ich kann das nicht wegwählen. Ich hab' im Inventar, hab' ich ja sechs Slots. Und die, die in der Mitte sind, die kann ich nicht ändern. Ich kann nur die rechts, links und so weiter ändern, warum auch immer. Ich kann den rechts oben nicht ändern, warum auch immer. Irgendwie cool. Aber ich hab' das Fernglas ausgerüstet und wie, wie kann ich's dann... Ey, auf B normalerweise war das immer. Oder? Ey, G, G benutzen. So wie Granate. Weil das ja auf dem Granatslot ist, sozusagen. Achso, da muss ich dann den... Ah ja, da, ich seh's. Ja, lassen wir kurz nochmal gucken bei den Fähigkeiten. Ähm, was jetzt cooler ist. Sturmsoldat hat mehr Lebensenergie, Bohnen mit Sturmgewehren und Schrotflinten. Und der Panda ist Tarnbonus, schnellere Bewegungstempo. Ähm, Schalldämpfer und Handvoll Waffen und Maschinenpistolen verringern den Schaden nicht. Äh, Tarnspray. War doch geil. Ja. Dann, ähm... Ja, wie gesagt, das ist halt mehr so der sneaky Move. Ähm, das andere ist halt mehr so der ganz normale Soldat einfach. Nice. Entscheide du, mir ist es auch egal eigentlich. Wir drehen uns im 30WX schon. Ich weiß ja. Da hab ich echt nen Sensorwerfer. Richtig cool. Ja. Schieß den jetzt mal irgendwo hin. Also wenn dir's egal ist, dann nehm ich den Soldaten. Okay, dann nehm ich den Panda. Also den Guerilla-Typ. Ist vielleicht auch fürs Let's Play mal interessant, aber dann müssen wir halt entsprechend auch so vorgehen, dass ich halt ein bisschen infiltriere und nicht du als Sturmsoldat direkt losballanz. Seht ihr jetzt die Gegner? Da sind meine Fähigkeiten nämlich schon mal komplett für'n Arsch irgendwo. Nee, nee, das mach ich nicht. Geil doch, die sind jetzt aufgedeckt. Ich war nie einer, der als erstes losgeballert hat. Und, äh... Vielleicht noch... Okay, Freunde. Wir könnten links oder rechts unten in den Serum. Was meint ihr? Ist das denn unser Ziel? Haben wir schon Aktualisierung? Wir wissen es doch nicht, aber wir haben's ja mal markiert. Ja, wir können da halt mal hingehen. Ähm... Oder wir schwimmen. Warte, es befindet sich an der Küste, ja. Wisst ihr, wie ich meine Fähigkeiten einsetze? Dort gibt's einen Leuchtturm, den man von weitem sehen kann. Achso, das läuft dann da. Gibt's hier einen Leuchtturm? Hier ist kein Leuchtturm. Guck mal, ich glaub, hier ist ein Leuchtturm. Da, guck mal, wo ich markiert hab. Könnte das sein? Kann ich dir nicht sagen, wie man die einsetzt. Ja, Port ist ja auch Hafen. Ich glaub, wir sind hier nicht richtig. Ja, der Port müsste eher da oben sein, oder? Da steht auch nördlich das Old Distillery. Da ist das Lighthouse. Da ist es, oder? Wo A ist. Ich denk eher, wo A ist. Okay, dann gehen wir da und lassen das hier erstmal in Ruhe. Ja. Würde ich auch sagen. Alles klar, dann zu A. Ja, ihr merkt schon, wir Pixelhelden sind uns immer gleich einig, was für Klassen wir spielen wollen. Aber ich glaube, die Diskussion, euch mal teilhaben zu lassen, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Hopp, hopp, hopp. Hast du die jetzt aufgedeckt, Fabian? Nee, warte, ich hab die nicht aufgedeckt. Aber ich kann, pass auf, ich wirf mal so ne Granate. Du hast die nur begrenzt, die kannst du nur am Hauptlager wieder auffüllen, die Dinger, ne? Okay, ich hab noch drei Stück. Dann warte erst mal mit. Ich warte erst mal. Du kannst grad auch mit dem Fernglas viel aufklären an deiner Stelle. Das kannst du auch in die Richtung skillen, also auch in der Fähigkeiten. Scharfschütze geht so ein bisschen nach rechts im Skillbaum auch. Da musst du mal gucken, da gibt es einige geile Skills in die Richtung. Irgendwo waren grad Fragezeichen, aufpassen. Ah, dahinter ist das explodiert, wahrscheinlich deswegen. Da brennt was. Spiel ja eigentlich beim Anlegmodus in First Person oder über die Schulter. Links ist ein Gegner, ich hab dich grad markiert. Bei den Motorrädern. Da ist ja auch da unser Handy. Da kommt ein Auto, Auto kommt auf uns zu. Sofort hinlegen. Am besten auf die Straße und in die Straße einbuddeln. Ey das geht, ich kann mich schon wieder nicht einbuddeln. Nur einmal drücken, Simon. Ich lieg da rum. Nur einmal drücken. Ich drück's. Tausendmal muss ich's drücken, bis da irgendwas passiert. Dankespiel. Wenn du halt auf dem Felsen liegst, kannst du nicht einbuddeln. Du hast auch Gegner überall. Du siehst mich überhaupt nicht, du kannst mir gar nicht vor mir stehen. Seh dich auch nicht, ich trampel auf die rum. Jungs, ich würd jetzt aber trotzdem noch eine Kugel benutzen und weit vor ihr schießen. Du kannst ja auch die Drohne nutzen. Pass auf, warte mal, wir testen das mal. Hier ist einer, Stufe 18. Paketbote und da hinten sind nochmal zwei. Ich muss das richtig sehen. Wir sind entdeckt irgendwo oder so? Ja, das ist der Auto durchgefahren. Oh, ich bin entdeckt, ja, weil ich in der Drohne war. Aber die sind wieder weitergefahren. Alles easy. Okay. Ich muss einfach mal in Richtung, ähm. Fabi auch schon mal als Hinweis bei der Sniper später. Du musst Leertaste gedrückt halten, dass die Luft angehalten wird. Das dauert ein bisschen alles länger diesmal. Ah, okay. Alles klar. Und es gibt wohl im Shop auch schon die beste Sniper zu kaufen. Du hast da so eine One-Shot-Richtig-Gute, meinte einer in der Beta, als ich die gespielt hab. Ja, ich hab mir grad eine richtig gute gekauft. Äh, was bedeutet, weißt du, was das Symbol bedeutet? Das müsste das Geld, ähm, ähm, Münzding sein, weißt du? Dass du Geld kriegst, wenn du den umlegst. Ah. Weil das ist, weil die Währung ist ja dieses Geld-Hack-Währung. Und das müsste das Symbol dafür sein. Also das klingt fair. Fabi, warte mal, deines Amtes. Hol ihn mal weg. Ach, komm. Oh, Mann. Der Infiltrator geht schneller, Alter. Gucken wir doch mal, ob da wirklich Geld liegt jetzt. Ja, man kann die Leichen endlich mal wegtragen. Das hört echt cool. Alter, okay. Was lag da? Da vorne sind auch noch zwei. Oh, da liegt ein grüner Gegenstand für mich. Ich hab Handschuhe bekommen. Habt ihr das auch, ein grüner Gegenstand? Ja, da kriegt, glaub ich, jeder seinen eigenen Loot. Ja, ja. Wow. Was, echt? Ich kann ihn werfen. Eine Bullpop 15. Nice, Simon. Ist ja richtig gut. Du Sanitäter, du. Ich hab keine Handschuhe gekriegt. Ja, ja. Jeder kriegt was anders. Das ist... Das ist ja das. Deswegen... Äh, machen wir einfach das auch scheißegal. Aber die Infos sind für alle, okay. Uh. Was kann man jetzt hier eigentlich mit dem... Also weiter geht's Richtung A, würde ich sagen. Meine Fähigkeit füllt sich langsam auf auf jeden Fall. Also auf Y kannst du die, glaub ich, aktivieren. Also meine auf jeden Fall. Fähigkeit, ja, ja. Ähm. Genau. Die ist jetzt quasi die Klassenfähigkeit links, aber die füllt sich bei mir mega langsam nur auf. Achso, das ist... Ah, bei mir ist die Säte jetzt noch bestimmt. Freeport, na also. Haben wir's gefunden? Ja, da stand grad rechts unten Freeport. Sehr gut, den Leuchtturm müssen wir noch sehen. Irgendwo muss ja der Leuchtturm sein. Ah, scheiß auf den Leuchtturm. Mensch. Mal ganz kurz. Neuen Fähigkeitspokken, den muss ich einsetzen. Hackesel klingt doch gut. Ah ne, das ist ein Vorteil gewesen, ne. Da ist der Leuchtturm. Den muss ich ausrüsten dann. Wenn ich denn will. Oh, ich hab ne Ananas. Hey, hier liegen Ananas. Ich hab auch einen aufgenommen. Da vorne? Ja. Da vorne müssen wir hin. Nicht durchs Licht, wenn's geht. Ist denn da überhaupt Gegner? Check das doch mal. Ich hab das, dass das hier erst eher neutraler Punkt ist, oder? Ja, ich seh auch keine Gegner bis jetzt. Hast du ein paar Kisten hier? Man kann das Licht auch nicht ausschießen. Aber das kann man nicht. Die Kisten können wir, können wir ja mal mitnehmen. Ich seh hier nix. Gar nix. Ja, das wird wahrscheinlich kommen, wenn wir gleich da sind. Weiß nicht, ich bin jetzt gespannt, wenn ich die Kiste öffne. Wartet mal kurz, ob das auch bei euch allen jetzt was öffnet, oder nur bei mir. Habt ihr jetzt was bekommen? Nein. Leider nein. Wow, das heißt jeder muss seine eigenen Kisten aus. Wie beim Vorgänger. Das ist ja wieder richtig doof. So viel zu Coop, ne. Ich find grad sowas sollten wir halt bei Coop machen, dass wenn einer aufnimmt, nimmt's halt für alle auf. Das finde ich ja sinnvoll. Ja, ja, eben. Bei mir aus kann das ja unterschiedlicher Loot sein. Das ist mir ja dann egal. Aber, aber, ähm, ja. Na ja, gut. Ist halt so. Oh. Oh, neue Waffe. Dann kannst du ziehen. Oh, neue Waffe. Ja. Und das ständige, dass du die... Ich weiß, diese Loot-Shooter-Mechaniken, die hätten sie echt weglassen können. Passt nicht zu dem Spiel. Das passt auch irgendwie nicht. Nein, dieses ständige. Oh, ich hab was, ein bisschen ein paar Stufen höher. Die nehm ich jetzt. Yay, neue Kampf. Boah, 16. Was ist nochmal eine STG für eine Art von Waffe? Sturmgewehr? Sturm... Taktisch. Sturmgewehr, das müsste Sturmgewehr sein. Okay. So, fragen wir mal die Leute hier. Zum Panther auch jetzt der Waffen. Ja, ich red mal mit dem... Ja, mit dem Bootsmann da.